Musik Die SG Langenhahn-Rothbach begrüßt alle Gäste, alle Zuschauer, die Gäste aus Rotenhain und ganz besonders den Schiedsrichter Ingo Theis aus Liebenscheid. Inkel mit der 2, Marco Aust, mit der 3, Sebastian Schulz, mit der Nummer 5, Markus Ries, mit der 6, Christian Schulz, mit der 8, Dirk Sturm, mit der 10, Andreas Kunz, mit der 11, Thomas Schmidt, mit der 12, Philipp Schmidt, mit der 13, Norman Pavel und mit der 15, Michael Eisel. Gerne! Gerne! Deshalb ist der 1, Der 2, the 2, the 5! Janis, langsam, jetzt langsam. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.